Happy Birthday to you! Herzlich Glückwunsch an alle Leute, die heute Geburtstag haben und herzlich willkommen bei RedDocGamble. Ich spiele heute noch mit Free Fire Max und ich werde wie immer Battle Royale danach CS spielen. Viel Spaß! Okay, die erste Runde geht los. Ich spiele wie immer. Ich sammel mir die Sachen ein, die mir vorgeschlagen werden vom Computer und Waffen darf ich nicht wechseln. Das kann ich mir jetzt ein bisschen schwieriger machen. Ich weiß nicht, ob ich heute Abend spielen kann. Also mein Livestream, ob ich den machen kann. Eigentlich schon. Oder? Ich weiß es nicht. Muss mal gucken. Ach, ich war doch gar nicht so spielend. Okay, ich spiele eine normale Runde. Mit einsammeln, mit wechseln, alles. Ich habe schon lange nicht mehr so eine normale Runde gespielt, wie ich sonst immer spiele. Ah, Scharfschützengewehr. Gut. Ich bin so weit weg. Wir müssen aber schon da auch heilen. Und die Falle? Gut. 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 Okay. Okay. Hmm. Ich glaube... Was glaube ich denn? Ich weiß es selber noch nicht, was ich glaube. Okay. Double kill! Please. Okay. Okay. Und... Double kill. Zack. Diese Nahkampfwaffe mag ich zwar nicht so. Die will ich auch wechseln, wenn ich eine andere finde. Aber da ich ja immer mit einer Nahkampfwaffe spiele. Und ein... Ein Sniper. Oh cool. Warte mal hier. Den hier. Ha. Ha. Hm. Tasche voll? Das kann doch nicht sein. Hier ist ein richtiger Sniper. Ich muss es noch nicht sehen. Aber es ist egal, wie es hier? Ach. Ich habe gesagt, das ist erfüllbar. Ich habe keine Ahnenmaß, aber immer wieder versucht. Ah, bitte. Ich viele Leute noch nicht. Ich habe die Ahnenmaß. Ich habe keine Ahnenmaß. Ja, das ist das. Ich habe auch keine Ahnenmaß. Das war's für heute. jetzt habe ich drei gut dass er nicht schießen kann sonst wäre ich hier zu tot gewesen ach je was ist denn das hier das ist eine truhe gut zu wissen eigentlich haben wir alles jetzt als ich was wir noch ändern würde wäre meine nahkampfwaffe oh jaja die ist schon mal besser ok da war ein spieler gewesen das war jetzt gerade k.i gewesen aber alles ausgeschaltet benachrichtigung muss ich noch mal durchschauen okay rampage ich 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 der hat gesessen und wo ist doch was hier noch jemand ohne fahrschein keiner da komm da weckt er sich nicht mehr eingeschlafen Killing Spree Killing Spree Killing Spree Killing Sprecher Killing Sprecher Killing Spree Killing Spree Killing Spree Killing Spree Killing Spree Kopfschuss, außen raus Außen raus Raus gehen So, 14 Tötungen Schon mal gut Der Tag fängt schon mal gut an Dann werde ich jetzt Oh, ich bin immer noch ziemlich schlecht hier Der Monat ist noch nicht vorbei und ich bin noch nicht hier ruhig Ohja Gut, dann sag ich mal Bis gleich in der Runde CS Viel Spaß Ok, die Runde CS geht los Ich starte so wie immer Ist irgendwie immer das gleiche, oder nicht? Ich Ich probiere mal Nächstes Mal Nächstes Mal Mache ich dann keine Petroial Runde mehr Und keine CS Runde Dann probiere ich wieder diese Modis zu spielen Also es wird bestimmt noch Petroial irgendwann mal kommen Not Help me out so dann schauen wir mal... Gewehr später zack 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 jetzt lauf ich hier nach links rüber die sind schnell okay was machen wir denn da jetzt muss ich den hier würde ich sagen einmal nehmen schon für nachher nur die M18 780 scheiße 1st blood oh double kill double kill double kill double kill 2 ausgeschaltet aber ne 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 das wird nichts das wird nichts was war ich denn da kann ich bei dem vorgehen ich musste in der nähe von einem bleiben in der nähe von die das ist Oh, ich bin nicht verloren. Shit. Ärgerlich. Na ja, was soll's. Die haben sehr gut gespielt. Ich glaube, das waren auch die Beine. Die Beine habe ich gekillt gehabt vorhin. Ja, das sieht man ja. Die sind hier schon gestorben. Ehrlich. Gute Spieler. Gut, dann würde ich mal sagen, das war's für heute. Und ich sage, Dankeschön fürs Zuschauen. Ich würde mich freuen, wenn ihr euch auch nicht so dabei seid. Bis dann. Viel Spaß und auf Wiedersehen. Tschüss. Mmh. 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 Bis zum nächsten Mal.